Ja, und da hat er uns klar abgesetzt. Gott sei Dank. Haben wir heil überstanden. Müssen wir jetzt hier hoch? Oder da durchschwimmen? Ja, dann geh mal hier drauf. Ja, ja. Wieso gehst du auch dann erst da rein, Junge? So, ab hier rüber. Schön. Ja, der große Junge hat das wohl nicht mitgekriegt mit der Mutter. Aber er ist schon echt heftig und traurig. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, da, durch den Tunnel. Danke, Riese. Ja, wir gehen. Danke. Ich zieh dir Hilfe. Jetzt hier runter. Der speichert ganz schön oft. Und hier rum. Oh, ein Tor. Kommt ja bestimmt mit dem Kleinen rein, oder? Ich sag's ja, der große nicht. Was müssen wir jetzt machen? Ah, da. Dann drehen wir das mal. Der große auch reinkommt. Schön. Und jetzt? Eine Bank. Na ja, da wollen wir uns jetzt nicht hinsetzen, oder? Kommen wir jetzt erst mal hin. Gucken wir uns das mal an. Hier, das Gelumpe. Na, was ist... Oh. Das sieht ja nicht gerade ein Land aus. Aber ich sehe schon, was wir da hinten machen müssen. Ich vermute es. Mit die Großen da, mit den Kleinen da. Ich muss jetzt erst mal... So. Wenn man dann... Weißt du, links ist... Leckersteak ist der große Junge, rechtersteak der kleine Junge. Da kann man besser... spielen. Hier dran. Äh, hallo? Geht nicht. Jetzt. Ah. Boah, das war knapp mit dem Großen. Ho, 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 ho. Das war aber haarscharf. Ja, kleines... Jump'n'Run hier. Yo, yo. Na, ich gehe lieber da. Das sieht nicht so... schön aus, da. Gut, dann wird das auch hier hinter uns. Ähm, ja und jetzt? Was weiß ich mir denn jetzt noch nicht? Da kommst du da irgendwie rüberkommen, oder? Was haben wir denn hier alles so? Da ist nix, da ist was. Hier müssen wir den Großen hier hoch. Und den Kleinen auf. Was haben wir denn hier alle? Ach, guck mal da. Was ist das denn hier? Äh, kleiner. Ach, das kann man anpacken, oder was? Ja. Mit beiden, denke ich mal. Ach, das muss man drehen, und dann... Ah. Warte mal so. Oh, da hinten durch, oder was? Würde ich sagen, jetzt, ne? Da hinten durch. Ja, dass die Kamera sich immer mitdrehen muss, ey. Das ist ätzend. Einmal hier rum. Ja, das geht. Das ist wie beim Umzug, ey. immer, wenn man nicht so treppen will. Na, passt das und die sind das, anstatt Hochkanz rein, aber die sind so schwach dafür. Ist klar, so ein dicke Ding will ich auch nicht hochkant, äh, tragen. So. Jetzt müssen wir hier rein, dann gehst du. Der Große, ah, komm. Ja, jetzt. Ist gar nicht mal so leicht. Ja, los, komm jetzt hier rum. Äh, ja, das schaffen wir, Herr Löffer. So, genau. Wir müssen, wir müssen uns da reinschmeißen, oder was? Da oben. Ach, ne, hier müssen wir uns da reinschmeißen, oder was? Hä? Ah, hier schon. Zack. Ah, cool. Jetzt können wir hier rüber. Ah, geil. Der Rätsel war ja nicht allzu schwer, so. Und jetzt müssen wir hier lang. Das ist auch wieder ein Rätsel. Aber was für eins. Äh. Das kann man beide... Achso. Das ist das hier. Kann man das schieben, oder was? Komm, Junge, wir gucken mal. Mit beiden wieder? Ja, klar, mit beiden. Und jetzt? Ja, warum? Was passiert das? Achso. Äh, jetzt haben wir... Äh? Und andere Seite? Müssen wir beide... Beide Seiten machen, oder wie? Oder geht an mir? Ja, beide Seiten. Ah, krass. Gut. Äh, es war wieder so? So. Ja, dann haben wir das auch hier hinaus. Äh, äh, uns hat da. Wieder Job'n'Run spielen. Springen wir mal hier rüber. Und... Uuuuuh. Ja, die sind mir nicht ganz koscher, diese Steine, ey. Die haben da so Rüste drinne, und ich weiß nicht, ob das alle hält. Na, was haltet ihr denn bis jetzt von dem Spiel? Also, ich find's einfach geil. Äh, und hier müssen wir rüber springen, oder was? Mhm. Mhm. Aber hier müssen wir uns gegenseitig wieder helfen. Ja, dann machen wir das mal. Komm, wie hoch. Und schwupps. Und der kommt da so hoch, oder? Nö. Äh, wie kommt denn denn der jetzt da hoch? Äh. Ja, oder muss ich mich da dran springen? Hä? Ich glaub, ich muss da dran springen, ne? Festhalten, natürlich. Ah, jetzt kann... Jetzt muss ich mich da festhalten. Und er kann da rüber klettern. Okay. Ah, das ist schon geil gemacht, oder? Und das ist auch gar nicht mal so leicht, wenn man beide steuern muss. So. So. Beide hier oben. Ah, krass. Ah, krass. Äh, was war das da unten? Ach, krass. Das sind ganz viele... Was ist das? Seht ihr den da unten? Na, geil. Und da ist ein Teich. Gehen wir dann mal hin. Ich glaub, man kann auch wieder in der Trophie kriegen, wenn man einen Fisch fängt. Ich glaub, das geht normalerweise. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier geht. Ich glaub, das geht. Ich weiß auch nicht genau. Naja, egal, komm. Wir gehen wieder raus. Komm, Kleiner. Müsste, glaub ich, gehen. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Müsste mal selber aufprobieren. Wie gesagt, wie ich das in der letzten Folge schon gesagt hab. Es kann sein, dass es funktioniert. Kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Ich glaub, muss man die zusammentreiben. Vielleicht auch nicht. Ich hab keine Ahnung mehr. Äh, äh. Ja, ne Bank. Ach so. Ich hörts sagen, hä? Da durch, da durch, da durch. Ach, hier ist wieder so ein Ding. Ja, dann gehen wir nochmal wieder dran. Der Kleine da hinten. So. Ab nach vorne. Ah. Da halt ich fest. Und jetzt? Wo geht's hin? Hallo, wo geht das hin? Oh, 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 oh. Da muss ich los. Warte mal. Den. So. Ich hab jetzt fast den Falschen genommen. Ich will nicht die Kleine unterstützen lassen. So, geschafft. Hier wieder hoch. Äh, hallo? Kleiner? Ah, yes. Zack. Und der Kleine muss jetzt kurbeln. Ah. Ach, klasse. Krass. Kurbeln dabei, dass das nicht mehr zugeht. Und er geht da durch. Ah, so. Und jetzt? Ach, guck mal, das an der... Ach, so. Schön. Gleich drehen, wenn der kommt. Komm, 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 komm. Jetzt drehen. Ach, hatte ich nicht klappt, oder? Scheiße. Ja, ja, ich drehe ja schon. Drehe und drehe und drehe und drehe. So, jetzt hast du es geschafft. Gehen wir hier lang? Kann er darüber springen? Keine Ahnung, ich muss einfach mal. Ja, kann er. Und jetzt? Ach so, jetzt kann ich... Ah, jetzt kann ich den drüber. Uiiiiiiii. Spopp, siebopp. Ah, geil. Er muss wieder drehen. Das ist ja richtig geil gemacht. Drehen, drehen, drehen. Ich will nicht runterfallen. Ja, das ist gar nicht mal so leicht, die ganze Zeit nur zu drehen hier. Und dann auch den anderen zu halten und da noch was zu machen. Soll ich mal loslassen? Nein, lieber nicht. Komm, gleich hat es geschafft. Schön. Ah, so, jetzt kann ich den wieder drehen. So. Der kann da dran. Noch ein bisschen. Und zurück. Ja, genau. Wow. Alter. Geil. Geschafft. Ja, komm. Lauf. Nicht schlecht, Herr Specht. So, hier hoch. Hier hoch. Gut. Nein, da hoch. Alter, da runterfallen würde ich auch nicht wollen. Ey, da hat er. Oh, wieder klettern. War klar. Und schwupps. Ja, dann klettern wir doch auch nicht da. Da. Da, da. Da. Alter. Und jetzt wieder hoch. Und zack. Und zack. Und jetzt hier rum, oder was? Oder ist das falsch rum? Na, das ist richtig rum. Und zack. Ah, krass. Aber man muss schon richtig drücken, ey. Wenn man die falschen Tasten dann loslässt, ey, dann hast du verloren. Dann sind die tot. Aber wir können mal hier einmal eine schöne Aussicht machen. Ach, krass. Voll die Handwerker da und voll die Minenarbeiter. Voll viele. Na, okay. Das sind drei Stück. Vier. Krass. Na ja. Gehen wir mal weiter. Ich muss wieder klettern hier. Und hui. Oh, nicht runterfallen. Und hopps. Ein bisschen wie... Oh, krass. Ich muss erst mal wieder gucken hier. Zack. Und noch einen. Zack. 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 Oh. Nein. Der Kleine ist runtergefallen. Ich glaube, wir müssen erst den Kleinen nehmen und dann den Großen. Oh, unser erster Tod. Wie nabgestürzt. Ja. Jetzt muss ich erst mal wieder raus. Und dann. Und dann, oh. Vielen Dank.